ich hab das rohr kannst du das ein bisschen weg so lassen ja ich das glaube ich nicht unter dem ding da dafür doch als soße ich hab dich ich zieh mal mit ans graphie ich glaube ich dass das so sein soll oder erstmal neo der kopf hängt da drunter fest moment ich krieg ich haurelia kannst du unten am rohr ziehen dass mein kopf weg geht okay ich glaube lass mal los neo es ist ach das ist wieder die hinterkopfgreif technik moment so mein arm ist wieder los machen wir nicht einfach das tor hier auf dass jeder kann wollte das rohr jetzt oder nicht ja ja ich bin hier ich bin hier ich bin ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's da seht ihr first try wir brauchen joshis komische dunkle magie gar nicht also den hebel hier meinst du hier den ja ja weg da ich muss rohre verlegen was hatte ich gestern bitte die guten oder die schlechten nachrichten wir brauchen noch eins irgendwas ist nein verhaften sie mich nicht ihr wachmeister ich weiß nicht nein ich bin abgeführt hilfe hilfe noch mal bitte ja ich hab's und ich bin auch drüben okay jetzt hast du steffi da drauf gestellt joshi nein ich kann mir auch seinen alleine da hinstellen das sah aber so aus als hätte er dich hinten angepackt wir bräuchten jetzt nur irgendwas zum anstecken da brennt doch alles ja auch ausgeführt wie man in die rohre kommt ihr leben dafür eingesetzt mein köpfchen benutzt lass mich rein lass mich raus sie die hoppala das ist aber viel Man kann das vielleicht als Stelze benutzen, dann? Warte. Man kann das als Lanze benutzen. Wir nehmen die weiße Linie hier. Stell du dich mal auf der anderen Seite auf. Josh, hier kannst du das Rohr zur Seite legen. Jo, ich weiß nicht, ob das klappt. Aurila, stell du dich mal mit der Lanze da hinten auf. Oh je. Wollt ihr vielleicht die Rohr erst drüber schmeißen? Das geht ja nicht, deshalb wollte man hier das Tor... Okay. Bereit? Okay. Charge! Täuschend echt. Räuberleiter vielleicht. Ja stimmt, ich kann es ja angeben, wenn du es schaffst, auf der Mauer stehen zu bleiben. Steffi ist gesprungen. Ich hab was kaputt gemacht. Ich hab euch das Tor aufgemacht. Ich bin total klug. Ah, das... Das runde Stück war das 1. Gleich eins mitnehmen. Wenn ich mir das so... Ah! Nicht mich, Steffi! Pfui! Ein Grades? Nee. Nee, das muss immer ist. Das runde. Ach, Steffi! Was ist denn immer? Ach, Steffi! Ach, Steffi! Kann ja gehen! Aber... Dann können wir ja nicht mehr auch Steffi sagen. Ach, Steffi! Ich hab mich auch hier runtergeworfen. Wisst ihr, sowas mach ich gar nicht! Aber bei mir kommt auch Steffi! Oh, Scruffi! Reicht! Ha! Auf auf den Balken, Leute! Auf auf den Donner Balken! Du musst aber gar nicht aufs Klo! Da! Ich helfe dir hoch! Wunderbar hochgeholfen! Naja, der wurde auch weggefahren! Zu meiner Verteidigung! Wer ist los? Wer ist los? Ja! Da ist er wieder! Hast du hier eine Balac-Aufführung? Dankeschön! Och, Mann! Ach, Steffi! Nein, 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 nein! Mein Kran hat keinen Saft mehr! Kann ich mir das so wieder einsetzen? Du hast das Rohr rausgehauen! Steffi, sitzt mal das Rohr da hinten! Lande, 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 lande! Ich häng mich an Yoshi! Polonaise! Steffi! Mach mit! Wir machen Polonaise! Das war zu schnell! Ah, jetzt komm ich wieder runter! Nein, nein! Au! Ich hab's kaputt gemacht! Komm! 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 Oh! Aurelia ist noch gekleidet! Das sind alles Neue! Tatsächlich! Oh! Oh! Ist das rutschig? Ist das rutschig? Also rutschig, ja? Nee! Aurelia? Ja? Es tut mir leid, aber dafür hab ich zu viel Mario 64 gespielt! Oh! Das ist Wasser! Kein Eis! Ich bin ein bisschen enttäuscht! Oh! 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 Das ist doch glatter! Der schmilzt, wenn man ihn anschm- Niemand! Du hast ihn kaputt gemacht! Ich mache immer alles kaputt! Dafür kriegst du den Zerstörerhut! Warte, stillhalten! Enttäuschend! Geil! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier ist noch ein Schneemann! Lass ihn nicht Aurelia anfassen! Hey! Ui! Haha! Zu spät! Okay, du kannst es nicht. Offensichtlich nicht! Aber, äh... Willst du dir irgendwie helfen? Nee, ist nicht mehr zu helfen, Steppi! Er steht in der Sonne und schmilzt! Na dann! Musst du auf einen neuen warten! Ich fahre sehr langsam runter! Ich bremse gut! Ich fahre sehr langsam runter! Ähm... Es wird gebremst! Niemand! Snowboard! Haben ihn kaputt gemacht! Oh, die Steuung ist ja schwierig! Steffi hat's direkt geschafft! Auf! Auf! Euch ganz unten mal! Haha! Getroffen! Haha! Hey! Hey! Hilfe! Ja! Und jetzt hoch! Wow! Das... Äh... Okay! Nicht wie geplant, aber... Uh! Mach's gut, ihr Luschen! Oh! 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 Kaboom!